Ich würde anfangen. Let's go. 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 Du bekommst dann den Schaden, ne? Ich bekomme Schaden. Das ist okay. Der Schaden geht trotzdem durch. Darf ich ganz kurz... Das. Sie nudiert den Effekt. Das heißt, das sollte unter Vertus, Verlust, Verlust gehen. Geil, Verlust. Ich muss davon ausgehen. Du kannst keine Verlust nutzen. Aber sagt sie nicht die Aktivierung? Aktivierung oder Effekt? Die Aktivierung deiner Karten und Effekte, die einen Effekt enthalten. Und ja, eine Fusionsmonster als Fusionsbeschmerz. Genau, aber ich darf den Effekt Deaktivierung nicht anbieten. Die Effekt und die Aktivierung. Das war das einzige, was ich wollte. Die Effekte. Die Effekte. Die Effekte. Zwei. Okay. Das ist Karol. Jetzt kannst du... Das ist der Deutsch-Karol. Das ist ein Stück. Ähm... Das ist jetzt nur... Das ist... Äh... Äh... Okay, das kann er machen. Hm. Hm. Ja. Ja. Aber ich will... Das ist jetzt nur... Das ist... Äh... Äh... Okay, das kann er machen. Ja. Die Karol-Special. Ja. Ja. Und ich kann die Jet-Special-Effekt. Ja. 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 Das liegt das so rum. Und dann was da passiert? Äh... Die kann vom Feldbendernstück. Ja, genau. Ja genau. Das stimmt. Ich hab nur gedacht, dass ein Dioneer zwischen den Kamm und die Färbeln war. Ich hab nur gedacht, dass ein Dioneer zwischen den Kamm und die Färbeln war. Ich hab nur gedacht, dass ein Dioneer zwischen den Kamm und die Färbeln war. Nur der Wiesbester ist der Kamm und die Färbeln war. Und Nomenio ist Maschinenfahne. Ich muss kurz sagen, okay. Ich glaube, aber ich hab keine zweite Dioneer. Möchtest du einen Hiss? Nein. Ich glaube, ich hab einen Hiss. Ich glaube, ich hab einen Hiss. Ich lege meinen Angela Cousin rein. Ich würde gern seinen Effekt aktivieren. Ja. Der ist bestätig um zwei. Biberbreeze. Ich hab nur noch einen Hiss. Ich hab nur noch einen Hiss. Ich hab nur noch einen Hiss. oder ein Insekten, der vielleicht auch hier aus dem Friedhof zusammenbietet und die zwei Karten. Ausdrücken in den anderen Insekten, das war das mal ein zweites Normatsammler. Der hat einen Normatsammler-Battle-Jektion. Das ist der Normatsammler-Battle. Der Effekt, dass ich einen Trap auslesen kann, spielt jetzt keine Rolle, weil ich mich zu dir wegweißen will. Erst drei Backroll und dann übergehe ich an dich. Wir haben einen Normatsammler. Okay, wir haben den Kurs. Dann hast du das vielleicht so. Das ist mein Rarity Handphone. Ich aktiviere es halber gut. Richtig. Die sagen nochmal was. Du kannst was von mir zurückspecialen und dann was? Ne ne, also wenn du was specialst, wenn auf deiner Seite was gespecialt wird, da habe ich im Grunde einen Monster mit dem selben Typ oder mit derselben Eigenschaft aus dem Hunt Grave oder Deck Special. Ja, ist fein, dann würde ich in die Battleface gehen. Und dann zerstört unsere Bandage. Das ist für mich. Zwei Pfing? Auf der Tech Declaration. Auf der Tech Declaration, okay. Die kommt auf die Hand zurück? Die kommt auf die Hand zurück und dann kann ich die Fusion. Da ist die Fusion. Ich glaube, es ist die Verschieber-Motor-Punkt. So, ich bin da auf die Hand zurück. Dann, ja, für den Ende deiner Wepperface. Da war Pinsenus-Monster. Ja, es macht also gut. Äh, ich hatte jetzt quasi Pinsenus-Monster von meinem Deck auf meine Hand. Ja, das geht durch. Kann ich lesen? Was wirst du beschwören? Das ist ein Schuss. 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 Dann bestürfen wir... Erstmal habe ich 6 Leute gefahren. Ja. Dann bestürmen wir die Oma. Dann bestürmen wir die Oma. Nur dann die Gänze. Das macht sich nicht mehr. Wie sieht man? Gut. Die hast du genommen. Entschuldigung. 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 Chainlink 1. Chainlink 2. Chainlink 1. Du darfst nicht mehr. Ich habe eine Versorgungsbeschlung gemacht. Okay. Du kannst nach der Chainlink. Okay. Ich glaube das geht sogar nach der Chainlink. Ja. Ja. Einfach mal eine Verband. Okay geht durch. Ich habe eine Verband. 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 Also Bruder. Der kam durch. Der kam durch. Dann ist das nochmal. Zwei Effekte. Dann. Dann. Trigger Effekt. Dann. Trigger Effekt. Ja. Warte. Trigger Effekt. Ne. Obwohl ich gar nicht. Der geht zuerst. Ja. Ja. Also ich wähle auf jeden Fall Dark. Und Special Mere Pixis. Ja. 600 Runde. Ja. 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 Warte, der macht hier sogar noch was, ja? Ich lege diese Karte hier auf den Friedhof, um wie sie können in den Special sammeln. Das ist hier der Effekt. Ich setze den Trap auf den Special sammeln sich. Der Effekt in der Fallenstellerin wurde aktiviert. Das heißt, ich kann eine normale Fallproduktion beim Deck setzen. Ich zeige mir noch alles gleich. Wenn er auf dem Friedhof gelegt wird, spricht sie das auch als Kampf? Ja. Auch als Kampf. Okay. Ja. Aber, ähm... Der ist in die Fusionsgeschwisterung. Das heißt, du kannst ihn auf dem Grabschick auf. Ich darf ihn auf dem Grabschick auf. Ich darf ihn auf dem Grabschick auf. Dann hat er nach. Interessant. Nein. Nichts. Ich überlege gerade. Ich werde die beiden verwacken. Hm. Wer wird bei dem Virus? Ja. 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 Ich möchte gerne noch auf dem Grabschick gehen. Ich hänge zwei noch die Dahlien ab. Und ich verschwöre dann einfach Insekten auf dem Grabschick. Dann holst du den. Ja gut. Ich würde mit Medikin Abkette angreifen. Ist der nicht Once Per Turn? Ich habe den ja neu geschwarten. Also Once Per Copy. Der ist... Ich kann den nicht nehmen. die gleichen Spieße. Und ich diese Copy aktiviert habe noch mal. Also okay. Ist einfach. Dann würde ich gerne in die Battleface gehen. Und fährst du kein Interessant. Und fährst du kein Interessant. Okay. Ich überlege. Ich überlege. Ich überlege. Ich überlege. Und ich pro nggak stand. Ich Fahge done roku? Nee, nee. Deswegen. Deswegen überlege. Deswegen hab ich dich am Bestoppen in der Liebe. Nein, nein, nein! Deswegen. Nein. Das ist eine Lose Te Dortmeldung. Nein, nein. Nein, nein, das war echt gut. Jetzt hast du ja auch noch was Banisheden, ne? Ja, dann Banished ich. Ja, auf jeden Fall. Und dann würde ich mit 1 angreifen. Ich aktiviere den Effekt von... Ja, ich würde mich nicht angreifen. Ich würde in die Main Phase 2 gehen. Dann würde ich gerne in die Battle Phase gehen. Ja, ich habe nicht mitgesagt. Nur wenn der Versionsbekommen ist. Okay. Noch mehr Summon. Perfekt Target. Deiner End Phase. Und Pest. Okidok. Puh, Bro, was war das? Was war das mit Terran, Digga? Äh, Stand By. End Phase. Ja, äh... Let's go. Ähm... Da ist mal ne Puli, da ist mal ein Action. Und dann haben wir noch ne Puli. Ähm... Jetzt hab ich ja einen Blöden. Ich hab ja vorbeikommen. Ich hab ja vorbeikommen. Ich hab ja einen Blick-Effekt gerade. Sprint. Der macht das. Wenn, ähm... Wenn, ähm... Etwas spezialbeschworen wird. Darf ich ein Material von dem Eximmonster abhängen. Und ein Monster, das spezialbeschworen wurde. Börnse. Dann, äh... Dann, äh... Neuner Team. Also... Wer ist das? Albers? Ich hab keine Hand. Äh... No! Hast du dir das von Christian abgeguckt? Ja, warum? Ich wünsche mir deine Sätze. Dann... Ja... 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 Genau. Ich hab in deiner M-Face vergessen, dass ich noch ein Albing habe. Das kann ich dir leider nicht geben. Ne, 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 ne. Das darfst du mir nicht geben. Ich darf dir das nicht geben. Ja, mal schauen. Ähm... Ich hätte nicht vergessen dürfen, dass du noch den Dings hast. Aspect Masquerade? Ja, das... Richtig. Dann, äh... Special E-K-T. Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... Die will ich ashen. Ja, ja... Das ist ja... Ja, ja... Ja, ja... Ah, sag nicht, dass es jetzt hier derselbe Fall ist. Ja, ja... Können wir mal für den Judge sprechen? Ja, können wir machen? Judge! Ich glaub, ich hab's sogar bei Ben letztes Mal geasht. Judge! Ja, okay... Also, ich darf eine normale Trafford von meinem Namen ziehen. Äh... Können wir hier? JP! Darf ich seine Branded Fusion ashen? Unter Branded Lost? Also, beziehungsweise, wie läuft sie normal oder wird sie nicht ashen? Also, wie läuft sie normal oder wird sie nicht ashen? Darf sie ashen? Das hab ich gelernt. Er darf sie ashen, ja. Wird sie ashen? Darf ich sie auf Karen kommen? Das kann ich jetzt auch direkt mitfragen. Äh... Er darf sie in Ashen unzüglich verlieren. Weil sie in Ashen nie in ihren Fähigkeiten sind. Sie wollen, dass sie Aktivierungen sind. Äh... Da steht aber auch Zweifel. Aktiviert nach dem Fähigkeiten. Äh... Ich kann jetzt da... Wer da gerade mal wegifizieren, weil die Monster auf dem Scherf. Wo du fährst den zweiten Teil, ne? Nee, nee... Das ist okay? Das heißt, ich hätte mich ja auch Karen bewerten. Nee, ich hätte einfach auch Karen dann sparen müssen. Ähm... Ähm... Dann... Dann tut's mir leicht. Ist okay, Bro. Ist okay. Äh... Äh... Aus, äh... Gomet? Okay. Äh... Äh... I guess... I guess... Enter... Komet? Ja, wird das falsch. Und... Ähm... Check, check, check. Das ist falsch, ne? Okay. Okay, 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 okay. Tut mir das falsch. Alles gut. Wir haben was gelernt. Okay. Ich verschwöre dir näher. Die Effekte macht, dass ich ein Monster von meinem Grave stelle. Wenn ich sonst nicht weiß. Ja. 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 Okay. Genau. Warum hast du das gesagt? Kann ich keine Positionsbeziehung machen? Nein, nein, ich habe nur gefragt, von wo du da vorstößern bist. Achso. Du hast gesagt, wo hast du es geguckt? Du hast gesagt, wo hast du dir es geguckt? Achso, mit dem? Ja, ich glaube, da ist sogar eben gegen ihn gesteht. Ein Kumpel von mir. Ja, da gibt es da Experten, die halt Red Eyes spielen und dann halt Red Eyes und ein Nagelscher. Kommt ihn einfach vor und er nimmt wohl drei mal zu laut, das ist immer so schön. Das ist mein Aktuelles, wenn Sie sich hier haben. Dann möchte ich gerne den Link reinstellen. Solange ich eine Fahne in meiner Fahne habe, habe ich, bekomme alle meine Tricks, äh, Tricks da, sage ich schon, Tricks, 1000 andere und ein Suchter. Okay, das ist ein Kumpel. Okay, du kannst, ist das ein Kumpel? Ja, das ist ein Kumpel. Den doch mal nicht. Äh, also in die Kumpel. Ja, ist das ein Kumpel, ist das ein Kumpel, das hat permanenter Effekt. Okay, mein Lieber. Das ist ein Kumpel. Das ist ein Kumpel. Das ist ein Kumpel. Ja, das ist ein Kumpel. Ja, das ist ein Kumpel. also in die Rennzeit. Wer weiß, vielleicht hätte ich dich so einfach verämpeln können. Okay, Standby, Main. Ja. Special Sum, Fenrir, Effekt. Jawoll, der Boy ist direkt aggressiv am Start. Ich suche mir den Hülkot. Ich mach's. Nee, warte, der kann nicht begübt werden. Ja, das ist hier umgeborgen. Ja, das ist hier umgeborgen. Das wäre heftig. Dann würde ich den Namen des Ambi überbringen. Perfekt. Ja. Ich hatte ja den Negate-Tops in Rufi drauf. Das heißt, er ist Koppel-Negate-Tops. Der negiert ja Herz und zerstört an. Ja, genau. Weil du nicht sagen würdest, das ist... Ja, genau. Der wird zerstört. Achso. Ja. Ähm, okay. Der Negate-Effects entzendet. Genau. Sehr gute Frage für euch. Ähm, ich würd gern in den Battleface gehen und mit zwei Achterreißen. Wie Gentic? Effekt zerstört? Siegerunert. Mhm. Einfach Treffekt, Structure Decks. Ähm, da hab ich das in Ruhe. Nö. Mainface 2. Kann mir das jetzt auch tun? Blue. Effekt Blue. Ja, ja, ja. Boah. Ey, ich mach's. Ich mach's. Ich mach's. Wir haben mal. Ja. Es ist Zeit für... Special. Perfekt. Ich nehm' ich auch noch. Ich suche von mir... Drei V und zwei Blessings. Crossfire. Spicy, oder? Korrekt. Dann würd ich mit den Beinen in eine Link 2 gehen. Ähm. Ähm. Aus. Warte, warte, warte. Ich muss kurz was überlegen. Ja, ne. Ich muss kurz was überlegen. Ja, ne. Boah. Ich darf's machen. Ohne geht das. Entschuldigung. Hast du 2-2? Ähm. Ja. Ja. Okay, ja. Ich bin nochmal zu. Okay. Ich zieh für Schampf. Ähm. Nehmen wir uns noch eine Million. Mhm. Ich suche jemand von Treppo aus Hamburg. Ich geh in die Battleface. Ja. Und greife an mit 2. Ja. Und greife an mit 2. Wie geht's? Ja. Link 2. Hättest du irgendeinen Combat-Track gehabt? Ich hatte noch einer, die... Engine Buster. Ja. 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 Ich hab das Stack auch ursprünglich. No für ein ». Naja. In Stattle. Ja. Da muss ich mir da sein. Also das ist der Bund. Carrot. Ich hab einfach mal einen Dragoon getrüft. Eins Schaden. Eins Schaden extra? Nix. Genau. Eintausel. Anhaltswarset und V ist das Vanishing 2 voraktiviert und noch mehr Rudexperts. Das geht nicht, warum sehe ich das nicht? Wieso? Wieso? Du darfst, mein Lieber. Boah, bitte keinen Dark Ruler, bitte keinen Dark Ruler, bitte keinen Dark Ruler. So. Carrot negiert, kennt man. Negiert Monster-Effekte, wenn ich einen Monster-Effekt aktiviere. Oder er kämpft. Oder er kämpft. Eine offene Karte targeten, verdeckt Banishing. Und den kennen wir. Okay, dann hast du noch deine Trap-Set. Der Trap sagt, du kannst nur die Monster von mir anhängen, richtig? Also Crossfire sagt er. Ja, Crossfire. Okay. Dann fangen wir mal an. Du bist ein Trap-Far. Such dir was. Such mir einen Edge in Bonapoli. Boah, fängt er direkt sooo an, Alter, ja. Ja, ich hab für ihn real, dass er dich gegen die 2-0 gewonnen hat. Mistakes were made. Ja, ich hab nur eins noch mal gemacht. Hallo? Mann. Ich hab das Gefühl, es wird spannend. Ich hab das Gefühl, es wird spannend. Es wird auf jeden Fall nett. Es wird nett. Der Boy hat auch gut gezogen. Können besser sein. Es können immer besser sein. Es kann nicht. Nö. Das ist das Problem, wenn man das tut. Es geht hier. Zum Kappen. Bab. Bab. Komm. Ist fein. Und dann. Banishen wir. Denigiert. Monster. Aktivierung? Nee, Effekt. Ähm. Ja, die Aktivierung tatsächlich. Tatsächlich ist die Aktivierung. Dann. 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 Dann mischen wir. Und du kriegst 5 Flatsch. Äh. Super. Nee, ja. Ey, Bro. 10 Minuten. 10 Minuten. Banishen wir. Ne Curium. Dann Ne Curium. Hättet mir voll auf Albers in die Karte. Ja. Ist fein. Dann die ganzen Albers. Wenn die toll waren. Dann aktivieren wir Lost. Ich hab Carrot liegen, ja? Ja, ich hab Carrot liegen. Ja, ich hab Carrot liegen. Ja. Dann. Dann aktiviere ich eine Pole. Die Po, die würd ich gerne gehen. Aber jetzt ist ein zu doof, warum an deinem eigenen Seren vorbeizukommen. Oh, okay. Schütter da mit seinen Sechshandkarten, Alter. Oh, schon lustig. Dann. Du hast Carrot gerade aktiviert, richtig? Ja. Dann aktiviere ich ihn dran. Äsch. Ich hatte ein Zwischen. 3-7. Ja. 1-9. Ja, gucken wir mal. Baum. 1-9 schonum. Ich hab gesagt, du kannst du ja nicht mehr klein sein. Ja. Dann kannst du halt ... Dann kannst du meinen den letzten Mal immer raus beginnen. Das war dann am ersten Mal bei der Game Las. Ich hab Number One. Ich bin ... Ich hab durchlesen ich verleihen. Auch dann hab ich ... 10 Mal dem eben dann ... Ja. 10 Mal ... Letztes mal ganz v calls und ... Erster hab ich in Beko 제 Bekozen... Vielleicht.... Ich würde sie zu kurz schauen und verwenden. Ne, im ersten Game habe ich das erste gewonnen, das zweite verdorren, das dritte gut war abgelaufen, und ja, war drei. Indigiert und zu stürmlich? 500 Schaden. Also, ist das wichtig? Wäre ich am Zug gegangen, wäre ich... Wenn sie auf dem Grafen legen, dann kann ich den Lesbier. Aber 2-0 habe ich auch noch nicht verloren. Die vorigen Spiele habe ich meine 2-0 verloren. Und sobald man halt den Richtlern verbaut mit relativ gut Damage und schafft irgendwie dann 2-0 verloren, ist das alles noch falsch. Aber ich habe exakt 8 Tage damit... Ich meine, ich hatte ja Backdrop Protection. Albers? Ja trotzdem, ich hatte eigentlich genug... Crossfire. Target Fire. Ich darf das jetzt unter meine Zielmonster hängen. Auch vom Grave? Auch vom Grave. Grave nach Spielfeld. Ich habe das Glück, dass ich hier nichts... Crossfire ist spicy. Einfach mehr Freak. Ähhhhh... Alles klar. Boah! Hier ist auch kein Albers. Aber... Ich habe einfach gewonnen. Eine Interaction zuviel. Ist auch schön, die ihr erstmal da habt, die Leichte ganz ehrlich. Das war richtig gut. Ich hab ja die Hüllen davon... Das war auch die Karte, weil das zerstört war schon kurz. Ja, das ist mit der Wimmy Spells. Ja, meine ich, dann nimm das zu. 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 Deine quasi zerstört meine, wenn ich in der Fruchtaktur bin. Ja, aber ich habe gesagt, die zerstören nicht einfach nur für das Existieren. Ich könnte es ja den Weg zu. Und hier in dem, wo es kein Problem ist. Ja, deswegen ist es der Komistik, um den Mücheffekt vorzustellen, um das zu. Ja, ich habe gesagt, die zerstören nicht einfach nur für das Existieren. Und hier in der Fruchtaktur geht es nicht, dass die Anshake. Und hier in der Fruchtaktur geht es nicht. Für einen Besuch, ist das so, dass die Anshake dann zu eröffnet ist. Ja, das ist ja das. Ich kann euch einfach nicht schenken. Ja, genau. Dann hast du echt gehen. Ja, da habt ihr echt zu. Wie Luos der sich hier in die Schüter zu gehen. Hey, da macht das nicht. Erst die Suche dann. Ich bin aufgeregt. Ich bin gerade ernsthaft aufgeregt. Ich habe meistens mit Pablerachungen. Hätte ich da noch ein Lieb geschlossen, So mein Lieber, das ist das große Finale, 3.30 Minuten, das ist Judd, ist okay. Let's go, Bro. Die Lost hattest du ein Instrument? Ja, aber das brauche ich dich? Du brauchst? Wir haben 4 Balls, wir kannst auch theoretisch 1, 2 oder 2. Genau, also ganz klein müssen. Hier brauche ich 2 oder 3. Stehen da drauf, 2 oder 3. Aber hier steht auch 2. Da steht auch 2 plus drauf. Plus heißt 2. Ja, 2, 1. Ja. Alles klingt hier. Wenn du nicht die Aktivierung mit dir hast, und du bist so ein Spray und banish. Du hast das nicht, oder reicht eigentlich nicht? Wir banishen von der Hand. Reicht das eigentlich nicht? Also ich könnte sagen, 1, 2, plus ein normales Monster, oder nun gibt das? Ja, nein. Also 3 Monster. Dann kannst du uns sammeln. Ja. Und jetzt könntest du, wenn du ein einweiteres Monster hast, kannst du ihn als 3. Zu den 4. Und dann das andere Monster. Und das dann erst an 4. 3 plus 1. Ja, meine ich auch. Also 3 Monster wollte ich auf dem Feld, damit ich die 2, 3 bis 2. Nee, du brauchst insgesamt 4 Monster. Bei anderen, ich habe jetzt nie gespeichert. Dann könnte ich jetzt die beiden nehmen, um den zu sammeln. Nein, du brauchst 3 Stück. Der sind 3. Aber das steht 2. Ja, genau. Wenn du einen nicht 2 Monster hast, für den hier, dann kannst du sagen, dann kannst du zum Beispiel das machen. Ach so. 2 plus 1. Und dann steht eigentlich nur so eine zusätzliche... Ja, es gibt ja eine Möglichkeit. Das ist ja schon. Ja. Das ist ja schon. Das ist ja auch schon. Das ist ja auch schon. Also wichtig, dass es kein Flussleuchten ist. Genau. Kein Flussleuchten. Ich gebe ihn. Ja. Dann weg. Ja. Ja. Ich habe einen Haus. Ja. Wie ist das für junge Akte für dich? Ja. Wenn ich nicht gegen den Treftex. Wenn ich eins von diesem, dann triggere ich... Wie viele Träger? Jetzt sette ich zwei Stück. Ja. Wenn ich die Endfässer und die Ereinbindung... ...dass ich jedes beginnen muss. Wie nach dem... Ups! 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 Stand by Main! Wieder draw! Ja. Ich meine nicht das Spiel. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Nur wenn ich bin die Farben viel... ...aber die Verhandlungen ist sehr gering... ...und das wird ganz wichtig für die. Ich kann nichts gewünscht. Ja. Warte mal. Stand by Main! Stand by Main! Boah, das wird spannend. Ja, ich muss jetzt der Main spielen, ne? Ja, ich muss jetzt der Main spielen, ne? 5 Sekunden noch. Ja, ne, ich bleib in der Main-Taste. Norm ist da ein Bibabre-Effekt. Das sind erstmal 600 für dich. Ja. Wir haben ja jetzt erstmal wieder Zeit. Jetzt muss ich ohne Battle-Face gewinnen. Jetzt musst du ohne Battle-Face gewinnen. Das ist schon... Ist fein. Bibabre ist fein. Bibabre ist fein, okay. Okay. Und dann... ...special hier. Und dann... ...special hier. Ja, ich muss kurz nachdenken. Jetzt haben wir sowieso. Nur noch das. Und Lois. Spielen wir um den ersten Platz. Spielen wir um den ersten Platz. Ja, ähm... Nice. Ich, äh... Ich hab absolut die Scheiße gerade gedauert. Ich hab absolut die Scheiße gerade gedauert. Äh... 6. Das sind schlecht, wie ich gerade die zwei Games gespielt habe. 6.000. Für wie spielst du, ne? Ja, ja, ja. Ich weiß nicht. Da ist noch... Hier, einer von denen kann noch drüber. Ach so, stimmt ja. Äh, lange bin ich gestimmt. Hast du schon vertan. Der... Ja, dann haben wir... ...eine... 1.000. Nein, ich kann mir das... Das ist ein... ...und... 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 ...du meinst du... three, 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 four oder... Ja, hier. EinYear special? Nicht so kann man... Zero. Recent несколько lang... Wollen wir... Ja, hier muss ich noch... Ich überlege, perfekt. Es läuft doch manchmal, was läuft. Also kein Effekt? Kein Effekt, kein Effekt. Special Pixies. Dann würde ich hier... Branded. Aktivieren, ist das okay? Aber du möchtest mal Curly. Achso, warte, warte, ich muss kurz überlegen. Ja, warte, warte, ich muss kurz überlegen. Der Specialty aus dem Deck. Der Specialty an uns. Aus dem Deck Specialty. Ja, ist voll. Entweder er addet auf die andere. Ja, ist voll. Dann pitchen wir... Das ist ja mein Deck. Der Specialty. Der Specialty. Wir sind noch am Spielen. Der Mainface. Mit Tragedy. Dann... Ich muss kurz überlegen. Ich muss kurz nachdenken. Steck was in den rein, ja? Ja. Ähm... Ich hab einen miesen Move gemacht. Der hat mich vier Runden gegeben. Also mit vier Runden... Ich würde gerne einen Link... Und kriege... Ich meine Snakes Lassi. Ja... Ich bin nervös, Bruder. Aber das wird richtig spannend jetzt. Pass auf. Ähm... Ähm... Ich finde so ein bespannter Sprint. Ähm... Gigantic. Effekt Sprint. Ich darf Material abhängen. Eins Targeten. Und diese Karte Bouncen. Bouncen? Ja. Sprint? Sprint. Krass. Der hat Bounce Effekt. Aber kannst du beide in jedem Turn aktivieren? Ich hab den ersten nicht aktivieren. Der hat den ersten nicht gemacht. Der lief zwar ein Angler Cousin, aber nur ein Biber Bré. Also genau, also ich würde es aktivieren. Also genau, also ich würde es aktivieren. Du musst den Dings aufschrauben. Äh... Das sind dann... 6, 2... Ja, würde ich auf jeden Fall. Das targete die... Äh... Äh... Da chaine ich... Branded in Red. Äh... Äh... Ich targete meinen... Äh... Äh... Dann hab ich äh... 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 Ähm... Äh... Das würde ich mit Carrot negieren. Äh... Dann... 600. Äh... Äh... Bist du bei 5, äh... Äh... 5, 6, 6, ja. Äh... Äh... Dann würde ich das gerne mit Mercurian. Äh... Du brauchst dafür... Carrot negiert die Aktivierung, oder? Ne, in Effekt. In Effekt. Du brauchst dafür aber einen... Äh... Fallen auf Albers. Achso... Ja, dann... Okay, geht das? Dann äh... Wird es negiert. Das wird negiert. Und dann... Beziehungsweise gebounced, genau. Puh, jetzt bin ich ein bisschen entspannt. Du hast noch Dings Handkarten, ne? Ich hab zwei einfach. Okay, dann würde ich hier... Exigeln... Spiel ruhig. Ja, was los ist. Effekt. Ja. Boah, wie ruhig das hier ist. Ja, alles... Ja, chillt mal. Wir müssen Sende spielen. Resonator, Effekt, Resonator. Du kriegst... Target? Target. 3-2 drauf. 3-2 drauf. GG! Digger! Jawoll, Alter! Ey, du hast... Konntest du dich nicht triggern gerade? Äh, nur wenn es... Äh... Ich glaub schon, oder? Das war wild. Ey, Batterie fast leer. Egal. Hier, okay. Aber ich glaub, sie hat mich gemattert, weil... Den hier geht nicht den zweiten drauf. Ja, genau. Das war halt dann die Sache. Boah, ich musste... Ich musste mich richtig konzentrieren, Alter! Ich hab gedacht, dass Mercurier, dass ich den schmeißen kann, wenn ich möchte. Ich hab auch gedacht. Korrekt, dass ihr das gesehen habt. Ich wär wahrscheinlich drauf reingefallen, ja? Der Ball hat einen... Äh... Ne, wir warten nur auf dich eins. Okay. Okay, ich sag mal du... Ruffy hat gewonnen. Ruffy hat gewonnen! Ruffy hat gewonnen. Ruffy hat gewonnen.